Kapitel 2 Geröllstadt Verzweifelt klammerte Rook sich an die Sturmhornisse fest und versuchte, den Sturzflug zu beenden. Er lehnte sich in den Steigbügeln zurück, um die Nase des Himmelsseglers nach oben zu ziehen, doch vergeblich, der Segler reagierte nicht. Der Boden, eine von tiefen Klüften und Schründen durchzogene Trümmerlandschaft, näherte sich mit rasender Geschwindigkeit. Rook erinnerte sich später nur noch, dass er in Vorbereitung auf den Aufprall die Muskeln entspannt hatte, wie er es in der Flugausbildung gelernt hatte. Er ließ den holzgeschnitzten Hals los, zog die Füße aus den Steigbügeln und spürte, wie die Sturmhornisse sich unter ihm entfernte. Der Boden verschwamm. Die Luft sauste ihm in den Ohren. Greddes Licht blendete ihn. Dann wurde alles schwarz. Rook öffnete die Augen. Der Kopf dröhnte ihm, etwas Schweres drückte auf seine Brust und im Mund schmeckte er fauligen Staub. Doch er lebte. Über ihm raken bizarr geformte Felsen wie dumpf vor sich hin brütende Riesen zum schlammfarbenen Himmel auf. Wo war er? Und wo die Sturmhornisse? Was beim Himmel war geschehen? Soeben hatte er noch hoch oben den großen fliegenden Felsen überquert und jetzt? Geröllstadt! Ein kalter Schauer durchlief ihn. Der trügerische Wind hatte ihn her zurückgetrieben in diese Wüstenei aus eingestürzten Häusern und heruntergefallenen Gesteinsbrocken, dieses Zuhause von Schottergulen, Sumpfwürgern und noch schlimmerem Getier. Über sich hörte er das heisere Krächzen eines weißen Raben, der einsam am staubigen Himmel dahin flog. Vor allem durfte er jetzt nicht in Panik geraten. Er musste Ruhe bewahren und sich in Erinnerung rufen, was er in seiner Ausbildung gelernt hatte. Schließlich war er Bibliotheksritter, einer der tüchtigsten Leute, Varys Lotz. Er würde überleben. Er musste überleben. Varys erwartete es von ihm. Zunächst musste er feststellen, ob er verletzt war. Vorsichtig betastete er Kopf, Hals und Brust. Der Druck auf seiner Brust kam von einem großen Stein, der ihn kaum atmen ließ. Schnaufen packte er ihn und schob ihn langsam zur Seite. Der Stein verschwand im Nichts. Erschrocken sah Rook ihm nach und... starrte in einen gähnenden Abgrund. Er lag am äußersten Rand einer Felsspalte. Tief unter sich hörte er den Stein polternd immer noch tiefer fallen, zuerst laut, dann leiser. Und dann antwortete aus der Tiefe des Abgrunds ein gespenstisch klagendes Wimmern. Das Wimmern kam näher. Er sprang auf und trat vom Rand der Spalte zurück. Offenbar hatte er ein Ungeheuer geweckt, das in diesem Höllenschlund hauste. Das Wimmern schwoll zu einem Heulen an und er glaubte schon das Klacken der Steine zu hören, die das Ungeheuer auf dem Weg nach oben zur Seite trat. Er wartete nicht ab, bis er es sah, sondern wandte sich hastig von der Spalte ab, und begann zu laufen. Der Schutt gab unter seinen Füßen nach und rutschte zur Seite. Der Staub, den er aufwirbelte, verstopfte ihm die Lungen. Such dir ein Versteck, flüsterte eine Stimme in seinem Kopf. Schnell! Er riss ihre Finger an scharfkantigen Steinen blutig und schlug sich die Schienbeine auf. Geröll stürmte sich zu Bergen, wohin er blickte. Geborstene Gewölbe, eingestürzte Mauern und umgekippte Pfeiler bildeten ein einziges Durcheinander. Dachbalken ragten wie Rippen riesenhafter Geschöpfe zum braungefleckten Himmel auf. Der Wind kaum mehr als ein warmer, stinkender Luftzug strich leise pfeifend wie eine alte Koboldin, die durch ihre Zahnlücken Luft ansaugt durch die Steine. Die Sonne hinter der Wolkendecke stand bereits tief über dem Horizont. Der Tag neigte sich dem Ende zu, doch wollte die Hitze nicht nachlassen. Rook wischte sich den Schweiß von der Stirn. Das Atmen bereitete ihm immer noch Mühe, außerdem hatte er Kopfschmerzen und jeder einzelne Knochen tat ihm weh, doch wagte er es nicht stehen zu bleiben. Immer näher kam das Geheule, ein kreischender und wimmernder vielstimmiger Chor. Offenbar hatte die heulende Kreaturgesellschaft bekommen. Rook musste sich beeilen, ein Versteck zu finden. Vor ihm ragte ein bestätigter Torbogen aus den Trümmern. Darunter entdeckte er einen Spalt, der eben groß genug schien, um hindurchzukriechen. Blieb zu hoffen, dass der Raum dahinter nicht bewohnt war. Er überprüfte seine Ausrüstung, Wasserflasche, Enterhaken, Notizbuch, Schwebewurmtinktur, Messer, er hörte das Geheul jetzt unmittelbar hinter sich, durchdringend, schrill, begleitet von einem ledrigen Knattern. Er schluckte aufgeregt. Seine Verfolger hatten ihn fast eingeholt. Rook zog an sein Messer. Dann eilte er zu dem Spalt, kniete hin, steckte den Kopf hinein und lauschte. Nichts zu hören. Er schnüffelte. Wenn jemand die Höhle als Unterschlupf nutzte, würde er den muffigen Geruch seines Lagers oder den scharfen Gestank seiner Exkremente riechen, doch auch zu riechen war nichts, außer dem staubigen, säuerlichen Geruch des morschen Gesteins. Das Geheul hinter ihm steigerte sich zu einem ohrenbetäubenden Kreischen. »Himmel und Erde schützen mich!« murmelte er und kroch durch die Höffnung. Drinnen war es enger, als er vermutet hatte, und es wurde immer noch enger, je tiefer er in den dunklen, staubigen Spalt eindrang. Schon bald musste er sich auf dem Bauch liegen, zwischen herabgestürzten Gesteinsbrocken hindurchschieben. Immer schmaler wurde der Durchlass, der Stein drückte ihn von beiden Seiten zusammen. Er atmete kurz und flach, seine Glieder zitterten und Schmerzen unterschwitzte. Hoffentlich kam er auch wieder raus. Oder war er den heulenden Bestien nur entkommen, um hier zu enden? Denn er musste ja so tief hineinkriechen, dass seine Verfolger ihn mit ihren Krallen oder Armen nicht zu fassen bekamen. »Nur noch ein wenig weiter«, machte er sich selbst Mut. »Nur noch«, doch es ging nicht. In der Wand aus Geröll vor ihm fand er nicht die kleinste Lücke. Ungeschickt drehte er sich um. Dabei stieß er mit dem Knie an einen vorspringenden Stein. Er achtete nicht auf die stechenden Schmerzen, sondern kratzte hastig mit den Händen Staub zusammen und verteilte ihn auf Kleidern und Haaren und im Gesicht. Der Staub blieb am Schweiß hängen. Rook hatte gelernt, dass er damit seinen Körpergeruch überdecken konnte. Zumindest theoretisch. Vom Eingang der Spalte hörte er ein Hecheln und Schnüffeln. Er starrte. Das Schnüffeln wurde lauter. Dann hörte er ungeduldige Scharren gefolgt vom Prasseln herunterfallender Steine. Irgendetwas, ein Rüssel, eine Tatze oder ein Fühler schob sich in die Spalte und suchte nach der flüchtigen Beute. Rook biss die Lippen zusammen. Der Scharren brach ab. Wieder ertönte das Schnüffeln, dann verstummte es ebenfalls. Heulend vor Wut und Enttäuschung zog ich das Geschäft zurück, um anderswo zu suchen. Ein Dutzend Gefährten stimmten in das Geheul ein. Das ledtrige Knattern entfernte sich, das Geheul wurde leiser. Rooks Jäger zog weiter. Sobald er sich in Sicherheit wähnte, begann er sich mühsam wieder aus der Spalte hinaus zu arbeiten. Am Ausgang musste er noch die Steine beiseite schieben, die das Geschöpf losgekratzt hatte. Endlich koch er staubbedeckt und zitternd ins Freie. Er wischte sich den säuerlichen Staub vom Mund und so gierig die Abendluft ein. Dann sah er sich um, bereit, beim ersten Anzeichen von Gefahr wieder in dem Loch zu verschwinden. Ein kurzes Beben erschütterte den Boden. Einige Steine verschoben sich, eine Staubwolke hüllte ihn ein. Rook stand auf. Er musste sich unbedingt orientieren und dann diesen Ort auf dem schnellsten Weg verlassen. Am Himmel hinter ihm schwebte der Felsen von St. In der Ferne konnte er die baufälligen Türme des höher gelegenen Unterstädter Nordens erkennen. Links und rechts von ihm ragten Häusergerippe aus dem Schutt wie verkrüppelte Hände. Vor ihm zog sich ein gewaltiger Schuttberg in die Länge. Gehen war unmöglich. Er musste die abschüssigen Felsbrocken auf Händen und Füßen hinaufklettern. Auch darin war er natürlich ausgebildet worden. Jeder Tritt war zu prüfen, bevor man das Gewicht darauf verlagerte. Und jedem Sprung musste ein prüfender Blick vorausgehen. Als er den ersten Schuttberg erstiegen hatte, lief ihm der Schweiß in Strömen hinunter. Er schwitzte wie der Hungerlunge einer Harpien-Schwester nach einem langen Patrouillenritt. Er hielt ihn und richtete sich auf. In der Ferne sah er wieder die Türme im Norden von Unterstadt. Seiner Schätzung nach war es allerdings schon später Nachmittag. Angesichts seines langsamen Tempos musste er sich mit dem Gedanken an Freunden in Geröllstadt zu übernachten. Er schluckte ängstlich. Ein heftiges Beben setzte einen und warf ihn um. Der Schutt unter ihm schien förmlich zu kochen. Gewaltige Staubwolken verdunkelten den Abendhimmel. Staub brannte ihm in den Augen und drang ihm in den Mund. Er rollte sich auf den Boden zusammen und wartete darauf, dass das Beben aufhörte. Endlich setzte das Geröll sich und das Klappern der Steine verstummte. Die dicke Staubwolke hing noch eine Weile in der schwüllen Luft, dann begann sie sich zu verziehen. Rook rieb sich die Augen. Als kein weiteres Beben mehr zu erwarten war, stand er auf. Seine Knie zitterten. Die Schuttberge hinter ihm hatten sich gesenkt und die gesplitterten Balken eines vor langer Zeit begrabenen Gebäudes waren aufgetaucht. Daneben ragte schief die obere Hälfte der Statue eines längst vergessenen Unterstädter Bildhauers aus dem Schutt. Ihr Arm, der am Handgelenk abgebrochen war, zeigte zum Himmel. In der Mitte des Trümmerfels lag wie eine riesige geballte Faust ein gewaltiger Felsbrocken. Rook sah zum Felsen von Sankt Afrax hinauf, der wie ein fauler Eichenapfel auf seinen hölzernen Stützen lag. Trotz der unerführlichen Arbeit am Wald von Sankt Afrax fielen ständig morschiger Steinsbrocken herunter. Die meisten waren nur klein, doch hin und wieder brach auch ein größeres Stück ab und verursachte in Geröllstadt ein Erdbeben. Rook erschauerte. Das war knapp, murmelte er. Verdammt knapp. Er wollte gehen und er starrte. Ihm war als fast eine eisige Hand nach seiner Brust. Nein, flüsterte er. Unmöglich. Doch Zweifel waren ausgeschlossen. Kein halbes Dutzend Schritte vor ihm lag auf dem Boden die Sturmhonnisse. Oder vielmehr das, was von ihr übrig geblieben war. Der Mast war geschwärzt und in zwei Teile auseinandergebrochen. An den Segeln war nur ein verkohlter Fetzen, Spinnenseide und ein Tauende übrig. Und was den Bug betraf, Rook kletterte vorsichtig über die Steine, hockte sich neben den Himmelssegler und streckte zögernd die Hand aus. Seine Finger bestätigten, was er am liebsten für eine Sinnestäuschung gehalten hätte. Der Hals der Sturmhonnisse war mehr oder weniger in zwei Teile zerbrochen. Am Ende des Sturms schienen im Abendlicht gezackte Splitter auf. Der keilförmige Kopf baumelte nur noch an wenigen dünnen Holzfasern. Rook spürte einen dicken Kloß im Hals. Segel und Leinen hätte man ersetzen können, ebenso den Mast. Doch er wusste, wenn der Hals eines Seglers abbrach, setzte das die Seele des Holzes frei. Die Sturmhonnisse würde nie mehr fliegen. Er sank auf die Knie, hob den hölzernen Kopf hoch, hielt ihn an den Stumpf und drückte ihn dann fest an sich. Erinnerungen an die freien Täler wurden wach. Wie der Troll und Schnitzermeister Eichert Schroffer ihm geholfen hatte, in dem ihm zugewiesenen Stück Holz die Sturmhonnisse, seine Sturmhonnisse zu entdecken, wie er im Garten des Lichts den Lack angerührt und wie er Takelage und Segel verfertigt hatte. Stück für Stück hatte er den Segler zusammengebaut und anschließend gelernt, ihn zu fliegen. Ich habe dich geschnitzt, flüsterte er mit versagender Stimme, und dir einen Namen gegeben. Zusammen haben wir den Himmel befahren, du und ich. Er zuckräuschvoll die Nase hoch. Leb wohl. Er spürte einen Druck auf der Brust, sein Atmen ging mühsam, als liege dort wieder ein Stein. Meine Sturmhonnisse. Luke wusste, dass sein geliebter Himmelssegler jetzt wieder ein ganz gewöhnliches Stück Holz war. Die Seele des Seglers hatte sich verflüchtigt. Schweren Herzens stand er auf. Er ging, ohne sich noch einmal umzusehen. Er ging, ohne sich noch einmal umzusehen. Er kam nur langsam voran. Über die spitzen Trümmer zu klettern wurde immer schwieriger. Sein Hals war bald so ausgedörrt wie die Steinwüste um ihn. Immer wieder gelangte er an gewaltige Krater, deren Durchquerung unendlich viel Zeit kostete. Er musste bis zu dem von seltsamen Echos erfüllten, mit Felsbrocken übersäten Kratergrund hinuntersteigen und auf der anderen Seite wieder hinauf. Jedes Mal, wenn er am oberen Rand anlangte, betete er darum, die Türme unter Stadt möchten näher gerückt sein. Diesmal bestimmt, flüsterte er, als er die Wand eines besonders tiefen Kraters hinaufkletterte. Der Klang seiner Stimme wirkte seltsam beruhigend auf ihn. Diesmal bestimmt. Doch wieder wurde er enttäuscht. Die Türme schienen so weit weg wie zuvor. Die Dämmerung setzte ein. Ganz ruhig, ermahnte er sich. Wenn du tust, was du gelernt hast und nicht den Kopf verlierst, kannst du eine Nacht in Geröllstadt überleben. Ein heiserer Schrei heilte durch die Wüste. Himmel und Erde stehen mir bei, dachte er erschrocken. Die ersten Nachttiere regten sich. Er griff nach seiner Wasserflasche und hielt sie an die Lippen. Erst dann fiel ihm ein, dass sie ja leer war. Zu blöd, murmelte er und hängte die leere Flasche wieder an den Gürtel. Varys würde sich wundern, warum er den knappen Vorrat nicht besser eingeteilt hatte. Unglücklich schüttelte er den Kopf. Da stieß er irgendwo auf Wasser und konnte sie wieder auffüllen. Bis dahin allerdings... Er hob einen glatten, runden Kiesel auf und steckte ihn in den Mund. Das regte angeblich den Speicherfluss an und er hätte seine brennende Kehle befeuchten können. Doch es funktionierte nicht. Der Stein klebte an seinem Gaumen fest. Angewidert spuckte Luke ihn aus und ging weiter. Sein Durst verfolgte ihn jetzt, da er ihn nicht stillen konnte, nur umso hartnäckiger. Es war unerträglich heiß und schwül. Vorsichtig strich er sich mit der Hand über die Stirn und leckte den Schweiß von den Fingerspitzen. Doch die salzigen Tropfen machten ihn nur noch durstiger. Natürlich gab es auch in Geröllstadt Wasser, so trocken und staubig es nach außen wirkte. Man musste es nur finden. Aus geplatzten Rohren und geborstenen Brunnen lief ständig welches. Quellen, an denen sich einst Unterstädter versammelt hatten, um Wasser zu holen und zu plaudern, wurden noch immer von Grundwasser gespeist. Er musste nach Moosausschau halten, nach Gras und nach dornigen Büschen, deren wurzellig Ritzen im Geröll tief nach unten reichten. Sie zeigten verborgene Wasservorkommen an. Auch Fährten der Bewohner von Geröllstadt, die das Wasser tranken, konnten aufschlussreich sein. Ihr Fiepen und Kreischen erfüllte die schwüle Dämmerung. Rue kam an einem baufälligen Turm vorbei. Ein großer Teil der einst prächtigen Kuppel fehlte. Es sah aus, als habe jemand ein Stück aus einem großen Saftholz herausgebissen. Links nahm er aus den Augenwinkeln eine Bewegung wahr. Als er sich danach umsau, huschte etwas weg. Rasch ging er weiter. Er kletterte über umgestürzte Pfeiler, die provisorische Brücken bildeten, kam unter einem baufälligen Viadukt hindurch, dessen Doppelreihe von Stützen sich in verschiedenen Stadien des Verfalls befand, stieg durch das unterste Fenster einer hohen, windschiefen Fassade und überquerte eine aus rissigen Platten zusammengesetzte Fläche, einst ein Dach, jetzt ein abschüssiger Boden. Einen Fehltritt unterstürzte in einer der Spalten, die zu beiden Seiten klafften. Dort würde ihn niemand finden, außer zuletzt den Aasfressern, die seine Knochen abnagen würden. Die Türme von Unterstadt sah er zwar noch, doch schienen sie im schwachen Licht des Abendhimmels wieder ferner gerückt. Trotz seiner Anstrengung kam er nicht recht voran. Jeder Atemzug kostete ihn Mühe, jeder Schritt war ein Wagnis. Sein Atem ging pfeifend und er rutschte immer wieder aus, stolperte und schlug sich Knöchel und Schienbeine an. Und dann, als er gerade dachte, schlimmer könne es nicht werden, bewahrheitete sich wieder einmal, dass es in Geröllstadt immer noch schlimmer kommen konnte. Auf einer Felsplatte sah er ein tiefblaues, pelziges, plattgedrücktes Etwas liegen. Vorsichtig und mit Veraufregung pochenden Schläfen näherte er sich. An der schnabelartigen Schnauze und den gebogenen Krallen erkannte er das Etwas sofort. Ein toter Lämpchen, lief er überrascht. Mit der Fußspitze berührte er den ausgetrockneten Kadaver. Feiner weißer Stauber rieselte aus dem Mund und den leeren Augenhöhlen. Luke wollte den Blick schon abwenden, da bemerkte er, dass graugrüne Moos das den Felsen überzog. Also gab es in der Nähe Wasser. Vielleicht hatte der Lämpchen es gesucht und die Suche mit dem Leben bezahlt. Luke zog sein Säbel und spielte angestrengt in die Dämmerung. Von links hörte er leises Gluckern. Wasser, fließendes Wasser. Ein geplatztes Rohr vielleicht oder eine kleine Quelle. Luke ging dem Geräusch nach. Ihm war fast schwindlich vor Anspannung. Einerseits lockte das kalte, erfrischende Wasser, andererseits durfte er nicht in seiner Wachsamkeit nachlassen. Er kletterte über einen dicken, runden Felsen, der einen grasenden Hammelhorn verblüffend ähnelte. Das Gluckern wurde lauter. Dann sah er die Quelle im Schatten zweier moosbedeckter Felsen aus dem Boden sprudeln. Das Wasser bildete einen kleinen Teich, floss über und versickerte im Boden. Der feuchte Boden drumherum war mit dem Pferden der verschiedensten Wesen übersät, Räubern wie Opfern. Gluck hatte gesehen, was dem Lämpchen widerfahren war. Auf keinen Fall wollte er dasselbe Schicksal erleiden. Sich ständig umsehen kniete er hin, den See begriff bereit neben sich, legte die Hände aneinander und tauchte sie in den kleinen Teich. Nie hatte ihm Wasser so herrlich geschmeckt. Als sein Durst endlich gestillt war, schnallte er die Wasserflasche los und tauchte sie ebenfalls in das klare Wasser. Blasen stiegen blubbernd zur Oberfläche auf, während die Flasche sich füllte. Unruhig hob Rook den Kopf. Er hatte Angst, ein räuberisches Geschöpf aus Geröllstadt könnte ihm hören. Glomm dort im Dunkeln nicht etwas? Das Herz schlug ihm bis zum Hals. Und woher kam dieser Geruch? So dumpf und muffig. Mach schon, mummelte er und schüttelte die Flasche. Ein Strom von Luftblasen stieg auf und versiegte abrupt. Die Flasche war voll. Rook drückte den Korken hinein und wollte sie gerade wieder an den Gürtel hängen. Der hörte hinter sich ein leises Scheuern, als gleite etwas über Stein. Zugleich schien der dumpfe, muffige Geruch stärker zu werden. Er riss sein Säbel vom Boden und fuhr herum. Zuerst sah er nichts, nur Schatten und Steine. Da ist nichts, versuchte er sich zu beruhigen. Ich hab mir das nur eingebildet. Doch noch während er das dachte, wusste er, dass es nicht stimmte. Sein Blick fiel auf etwas Glänzendes, einen feucht glitzernden, durchscheinenden Greifarm, der sich aus einem schwarzen Spalt herauswand und den Stein darüber betastete. Entsetzend, unfähig den Blick loszureißen, beobachtete Rook, wie ein zweiter Greifarm erschien. Die beiden Arme hielten sich am Stein fest. Ein Zittern durchlief sie, dann zogen sie. Als nächstes erschien in dem Spalt der glänzende obere Teil eines geleeartigen Geschöpfs. Und dann quoll das Geschöpf ganz heraus wie Tilderfett aus einem undichten Fass. Himmel und Erde, entfuhr es Rook und er trat einen Schritt zurück. Schmatzend löste sich die geleeartige Masse vom Stein. Schwabbelnd und wabbelnd nahm sie ihre eigentliche Gestalt an, soweit man von Gestalt überhaupt sprechen konnte. Schlagartig Begriff Rook, um was es sich handelte. Die drei zuckenden Augenhöcker, die schleimige, durchscheinende Haut mit den pulsierenden Adern, die tastenden Fühler, die schaukelnden Bauchlappen, der mächtige, von Erwartung zitternde Leib. Ein Schotterguhl, flüsterte er. Schon beim Klang des Namens streuten sich ihm die Haare. Er hatte in Büchern in der Bibliothek von Schotterguhlen gelesen und schon die Beschreibung hatte ihn abgestoßen. Jetzt von Namen überkam ihn Übelkeit. Geräuschvoll schlürfend glitt der Schotterguhl über den Felsen. Seine drei Augen glommen im Dämmerlicht. Rook wich einen zweiten Schritt zurück. Am Rand des Felsens begann das Geschöpf, die Bauchlappen aneinander zu schlagen. Scheinbar schwerelos erhob es sich in die Luft. Wie ein Blaseball sog es in ständigen Wechsel schwülwarme Luft ein und blies sie wieder hinaus. Heiß und trocken wie ein Ofen wehte sein Atem Rook an. Er machte noch einen Schritt zurück. Das Geschöpf glitt näher. Es hatte sichtlich Durst. Aber natürlich hatten Schotterguhle, wie Rook wusste, immer Durst. Allerdings befriedigten sie ihn nicht mit Wasser. Rückwärts näherte Rook sich der plätschenden Quelle, doch die Quelle wurde ihm nicht retten. Nein, Schotterguhle ernährten sich von lebenden Opfern, deren Körper sie bis auf den letzten Tropfen aussaugten. Ob es sich dabei um ein Lämpchen oder einen Bibliotheksritter handelte, war ihm vergleichsweise egal. Rook machte einen weiteren Zögern einen Schritt und stieß mit dem Rücken an Stein. Weiter ging es nicht. Er saß in der Falle. Zischen und Schlürfen schwebte das Schotterguhl vor ihm, unerführlich Luft in sich hinein und wieder hinauspumpend. Um Rook wurde es immer heißer und trockener. Der muffige Gestank schnürte ihm die Kehle zu. Plötzlich richtete das pulsierende Geschöpf sich auf und in der Mitte seines vibrierenden Bauches wurde eine große, irisartige Öffnung sichtbar. Star vor Angst beobachtete Rook, wie die Öffnung langsamer, unaufhaltsam aufging. Ein gewimmelrosafarbener, mit Saugnäpfen versehener Tentakel fiel heraus und wand sich in der sengenden, heißen Luft. Rook wurde kreideweiß im Gesicht. Was sollte er nur tun? Wie ein unförmiger Klumpen von Giftpilzen luchs der Kasernenturm, das Hauptquartier General Tütux und seine Elite-Truppe von Hammerköpfen auf einem kahlen Platz inmitten von Unterstadt aus dem Boden. Die letzten Strahlen der untergehenden Sonne schienen über dem Platz und drinnen wie draußen brannten bereits die Laternen. Hinter den kleinen Fenstern der Türme und kegelförmigen Dächer flackerte trübes gelbes Licht an den Wänden und zu beiden Seiten des berüchtigten Tors der Verzweiflung loderten Fackeln. Der ranzige Gestank des brennenden Fetts mischte sich mit dem Modergeruch, der dem ganzen Gebäude anhaftete. Drinnen bestand der Turm aus einer einzigen, dämmerigen, spartanisch eingerichteten Halle. In der Mitte brannte ein gewaltiges Feuer aus Stinkholzscheiten, dem von den Kobolden bevorzugten Holz. Die Flammen waren glühend heiß, der Rauch beißend. Darüber hingen verschiedene blubbernde Töpfe, beaufsichtigt von mit Ketten an den Boden gefesselten Pöbelgnomsklaven. Treppen führten zu Plattformen, die übereinander an den gekrümmten Wänden des Turms befestigt und zum Innenraum hin offen waren. Es gab keine Geheimnisse im Kasernturm. Der Lärm war ohrenbetäubend. In allen Ecken und Winkeln saßen und standen Hammerkopfkobolde, brüllten durcheinander und suchten Streit. Selbst wer in seiner unter den Dachbalken aufgehängten Hängematte schlief, schnarchte und schnaubte, schlug im Schlaf um sich und flugte laut. Einige taten Dienst und bewachten Tore, Wände und Dächer. Andere saßen in mit Unrat gefüllten Nischen zu Tisch, wieder andere hockten auf Holzbänken und reparierten ihre Ausrüstung. Sie flickten Risse in ihren Jacken oder besohlten ihre Stiefel neu, reinigten ihre Säbel von Blut oder schärfen die mörderischen Zacken ihrer Schlachtsicheln. Eine Pöbelgnomsklavin eilte mit einem Krug in den mageren Arm an einer Gruppe von Hammerköpfen vorbei. Einem ganzen Körper tätowierter Hammerkopf mit einem Nasenring streckte den Stiefel aus. Die Pöbelgnomsklavin stolperte und fiel mit dem Gesicht in das faulich stinkende Stroh. Ihr Krug zerbrach und Hammerhornmilch ergoss sich über den Boden. »Leck das auf, du Tollpatsch!«, befahl der Hammerkopfbarsch. Draußen vor dem Tor kämpfte ein gutes Dutzend schwer bewaffneter und mit den Narben zahlreicher Kämpfe übersäter Hammerköpfe miteinander im Spiel, doch hieben sie so heftig aufeinander ein, dass Spiel und Ernst nur schwer zu unterscheiden waren. Dazwischen mussten sie für eine zurückkehrende Abteilung von Koboldwächtern Platz machen, die mit einem Kontingent beschlagnahmender Waffen aus der Stadt zurückkehrte. Übermütig trampelten die Kobolde die Treppe zur überfüllten Waffenkammer hinauf, triumphierend dröhnten ihre Stimmen durch die Halle. »Das wird sie lernen, sich mit uns anzulegen!«, schimpfte einer. »Unterstädter Gesindel! Was erlauben die sich eigentlich, einfach so Waffen herzustellen und das praktisch vor unseren Augen?«, sein Kamerad kicherte. »Erinnert ihr euch, wie der Fabrikdirektor quietschte, als wir ihn aufknüpften?«, fragte er. »Wie eine abgestochene Waldsau!« »Geblutet hat er auch wie eine!«, fiel ein Dritter ein. »Wenigstens können wir die Waffen gut gebrauchen!«, knurrte wieder der erste Hammerkopf und täschelte das dicke Bündel von Sicheln, Säbeln, Keulen und Armbrüsten, das er und sein Kamerad zusammenschleppten. »Gerüchten zufolge ist ein neues Truppenkontingent von den Koboldstämmen im Dunkelwald zu uns unterwegs!« Einige Kobolde weiter unten auf der Treppe schnaubten verächtlich. »Von den Koboldstämmen!«, wiederholte einer, räusperte sich und spuckte den Treppenschacht hinunter. »Waschlappen sind das!«, fiel ein anderer ein. »Wohnen in Dörfern, wie das räudige Pack in den freien Tälern! Also wirklich!« Ein Hammerkopf-Kobold, der etwas auf sich hielt, war stolz auf seine Unabhängigkeit. Mit einer Waffe im Gürtel und seinem Geburtspäckchen auf dem Rücken war er jederzeit bereit, seine Zelte abzubrechen und weiterzuziehen. Oder wenigstens hätte es so sein sollen. Doch vor kurzem hatten einige Kobolde der Versuchen nachgegeben, sesshaft zu werden. Sie betätigten sich jetzt als Kaufleute und Fallensteller, einige, so munkelte man, sogar als Bauern. »General Titoch treibt ihm die Flausen sicher bald aus!«, rief jemand von weiter oben, und seine Kameraden johlten in froher Erwartung des Strafgerichts. General Titoch selbst bekam nicht mit, dass soeben sein Name genannt worden war. Er hörte weder das Gejohle noch das darauf folgende zustimmende Stiefelgetrampel. Er stand auf der Plattform des ersten Stockwerks und hatte nur Augen und Ohren für den Gefangenen vor ihm. »Du wirst es mir aber sagen, Schlackernot!« Seine Stimme klang barsch und drohend. Er riss den Kopf des Packtrolls mit einem schmerzhaften Ruck nach hinten. »Glaub mir!« Er zog eine lange rostige Nadel aus dem Aufschlag seiner ledernen Kampfjacke und hielt sie dem Packtroll vor das schreckensstarre Gesicht. »Aber, aber, ich weiß doch nichts!«, rümmerte der Packtroll, seine Ketten klirrten. »Iberhaupt nichts! Wirklich! Ich führe nur aus, was mein jeweiliger Auftraggeber mir befiehlt!« Tuduk schmeizte bedauernd mit der Zunge und schüttelte den Kopf. Dann strich er mit der Nadelspitze leicht über die Knollnase des Trolls. »Du enttäuschst mich, Schlackernot!« Seine Stimme wurde hart. »Und ich werde nicht gerne enttäuscht!« »So glaub mir doch!«, bettelte der Packtroll. »Wenn du anfangst, mir die Wahrheit zu sagen, also die ganze Wahrheit, Schlackernot, dann bin ich vielleicht bereit, dir zu glauben.« Der General wandte sich einem Tischchen zu, auf dem nebeneinander drei kleine Töpfe standen. Er wählte aufs Gerate wohl eins davon aus, entstöpselte es und roch an der zähen, orangefarbenen Flüssigkeit. »Was die wohl bewirkt?« Mit aufgerissenen Augen und am ganzen Körper zittern verfolgte Schlackernot, wie der General die Nadel eintauchte und wieder herauszog. An ihrer Spitze hing ein orangefarbener Tropfen. »Schreck den Arm aus!«, befahl Tuduk. Schlackernot gehorchte. Die an seinem Handgelenk befestigte Kette klirrte. General Tuduk packte den Arm, stach mit der Nadel hinein und trat abwartend einen Schritt zurück. Schlackernot spürte ein Brennen an der Einstichstelle. Hilflos sah er zu, wie sein Arm anschwoll. »Interessant«, bemerkte der General. »Verzeihung, Schlackernot, aber sagtest du nicht in den Töpfchen sein Kosmetika für die Harpionsschwestern? Also Federbalsam, Schnabelgloss, Hautcreme?« Er drückte den geschwollenen Arm. Der Wirkung nachzuschließen handelte es sich eher um, naja, Gift. Schlackernot machte eine Grimasse. »Ich wusste das nicht. Sie sagte nur...« »Wer?«, wollte General Tuduk sofort wissen. Er hatte die Stimme erhoben und die Hammerköpfe über und unter ihm verstummten und sahen in seine Richtung. »Ich weiß nicht, wie sie heißt«, flüsterte Schlackernot. Wortlos nahm der General den zweiten Topf, zog den Stöpsel heraus und tauchte die Nadel ein. Als er sie diesmal in den Arm des Paktrolls stach, bildete sich ein tiefroter Ausschlag, der sich rasch nach oben und nach unten bis zu den Fingerspitzen ausbreitete. Anschließend bildete sich auf der Haut ein mehr winziger Bläschen. Tuduk tauchte die Nadel zum zweiten Mal ein und hielt sie Schlackernot vor das Gesicht. »Esthera!« schrie der Treu in höchster Not. »Esthera, stach es ab!« »Ich wusste es«, rief der General triumphierend. »Esthera, stach es ab!« Er ließ sich den Namen auf der Zunge zergehen. »Esthera, stach es ab! Die Hexe, die diesem Schmalzfass, diesem Schmerotza-Vox-Werlix den Haushalt führt.« Er drehte sich um und rief zu einem Hammerkopf hinunter, der auf einer Holzbank saß und im Feuerarmbrustbolzen nähertete. »Ich schulde dir ein Fässchen Waldgrock-Schratt. Er kommt tatsächlich vom Ballast der Statuen.« Der Hammerkopf hob den Kopf und grinste zahnlos. »Steht's zu diensten!« Der General wandte sich wieder Schlackernot zu. Auf seinem ledrigen Gesicht erschien ein schnallippiges Lächeln und zwei lückenhafte, rein brauner, schiefer Zähne wurden sichtbar. »Mir scheint, mit dir habe ich den richtigen erwischt«, sagte er. »Aber ich weiß nichts, glaub mir. Ich bin nur erst ihrer Sklave und muss tun, was sie mir befiehlt«, klapperte Schlackernot drauflos. »Ich sollte, wie gesagt, die Töpfe den Harpion bringen und dafür im Gegenzug ein Fläschchen erhalten.« Tituk erschauerte. »Harpion«, murmelte er, »bei meiner Ehre eines Tages werde ich Ihnen allen den Hals umdrehen. Sie haben es mehr als verdient«, er durchbohrte Schlackernot mit funkelnden Augen. »Und was sollte in dem Fläschchen sein?« Schlackernot zuckte die Schultern. »Eure Wachen verhafteten mich, bevor ich«, der General spuckte aus. »Dahinter steckt bestimmt wieder Vox Verlix«, schnarrte er. »Diesen Fettsack wollte ich mir schon längst vorknöpfen.« Er strich mit den Fingern über die Klingen seines Messers. »Mit dem habe ich noch eine Rechnung offen. Er muss einmal nicht kapieren, wer hier in Unterstadt bestimmt«, er runzerte die Stirn. »Nur, wie komme ich in seinen Palast? Seine wahre Rattenfalle ist er«, er verstummte Gedanken verloren. Dann sah er Schlackernot grimmig an. Seine Stimme klang drohend. »Natürlich«, aus seinen Lippen erschien ein türkisches Lächeln. »Du bist des Terras Stachelsabsklave, sagst du. Dann kennst du dich in Vox Palast sicher bestens aus und weißt, wo die Fallen sind und wie man sie meidet.« Er musterte den unglücklichen Troll listig. »Wie käme denn ein Kobold, der unserem sogenannten allerhöchsten Akademiker einen unangekündigten Besuch abstatten wollte? In sein Privatgemach?« »Einen unangekündigten Besuch?«, wiederholt die Schlackernot. »In sein Privatgemach?«, er begann zu zittern. »Ich bin nur ein Küchensklave.« General Tütuk drehte sich um, nahm das dritte Töpfchen und zerrte den Korken heraus. Ein beißender Geruch wie nach vollem Eichenmark und Tildermorschuss breitete sich aus. Der General tauchte die Nadel in die schwarze Flüssigkeit und der Packtroll erbleichte. Dreimal rührte Tütuk um, dann hielt er dem Troll die dampfende Nadel unter die Nase. »Nein!«, kreischt Schlackernot. »Nein, nicht das! Ich flehe dich on, bitte! Ich sag euch alles! Wirklich alles!« Ruk hob den Säbel und schlug blindlings auf den hässlichen, warbenden Koloss ein, der sich vor ihm aufgerichtet hatte und ihm sein gewaltiges, mit Greifarm besetztes Maul zeigte. Doch vergeblich. Der Schottergull stürzte sich mit heftig schlagenden Bauchlappen auf ihn und verschlang ihn auf einen Satz. Ruk war, als erstickte er in senkend heißem Teer. Er konnte nicht schreien und bekam keine Luft. Er spürte, wie die Greifarme sich an Gesicht, Arme und Beinen festsaugten. Er wollte strampeln, konnte sich aber nicht bewegen. Der Säbel wurde ihm aus den Fingern gerissen. Bald würde sein Herz aufhören zu schlagen und dann würden die Saugnäpfe ihre Arbeit verrichten. Er würde ausbluten wie der Kadaver eines Hammelhorns am Fleischerhaken. Hilflos starrte er durch den durchscheinenden Leib. Verschwommen sah er draußen die Türme von Unterstadt. Sie schienen weiter weg denn je, dachte er mit einem Stich der Verzweiflung. Plötzlich ertönte ein Zischen. Ein Schauer lief durch den Leib des Schottergulls und er riss krampfartig das Maul auf. Ruk wurde mit solcher Gewalt ausgespuckt, dass er im Matsch neben der Quelle landete. Der Koloss krümmte sich zusammen und spuckte ein zweites Mal. Ein runder Gegenstand aus Leder verfehlte Rukes Kopf nur knapp. Ruk sah ihm nach. Es handelte sich um seine Wasserflasche, allerdings bis auf den letzten Tropfen geleert. Der Schottergull tat einen markerschütternden Schrei und verfärbte sich von lila zu rot. Von seinen drei Augen stiegen zischende Dampffontänen auf. Sein durchsichtiger Leib begann zu brodeln und Blasen zu treiben wie kochendes Wasser an einem Wasserkessel. Ein Glasfläschchen flog aus dem in Wallung geratenen Leib und zerbrach auf den Stein neben Ruk. Die Schwebewurmtinktur, murmelte Ruk. Das Gegengift gegen den Biss des Schwebewurms eines berüchtigten Räubers des Dunkelwalds gehörte zur Grundausrüstung eines jeden Bibliotheksritters. Hier in Unterstadt begegnete man dem Wurm zwar selten, doch galt das kleine Fläschchen als Glücksbringer, was sich auch in Rukes Fall wieder einmal bestätigt hatte. Das Gegenmittel, gegen das durch den Biss des Schwebewurms verursachte enorme Anschwellen des Körpers, hatte ganz eindeutig das Ende des Schottergulls herbeigeführt. Mit einem ersterbenden Seufzer sank die Kreatur auf einen flachen Stein. Die letzte Feuchtigkeit verdunstete, dann war nur noch ein dünnes, trockenes Häutchen übrig, in dessen Mitte Rukes Säbel lag. Ruk stand auf und trat vorsichtig näher. Das Häutchen zerfiel unter dem Einfluss der schwülwarmen Luft bereits zu Staub. Ruk bückte sich nach seinem Säbel, wischte die Klinge an der Hose ab und steckte ihn wieder in die Scheide. Da wandte er sich zum Gehen, dabei merkte er aus den Augenwinkeln einen Schatten. Er blieb stehen. Im nächsten Moment wurde ihm klar, dass da jemand stand. Dunkel hob sich eine Silhouette vom Himmel ab. Ruk ging in die Knie. Er war von Ungeheuern verfolgt worden, fast verdurstet und zuletzt verschluckt und wieder ausgespielen worden und jetzt musste er schon wieder kämpfen. Gegen wen eigentlich? Ich gebe auf, momentär. Ich kann nicht mehr. Die Gestalt streckte ihm die Hand hin. Darüber wäre Varys aber enttäuscht, fragte eine Stimme, die er kannte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017